Wir sind hier in Köln-Lindenthal, in einem Hochhaus, siebengeschossig. Wir sind zu einem Feuer mit Menschenrettung alarmiert worden. Als sie eingetroffen sind, haben sie vor Ort die Lage bestätigt bekommen, die über Anrufe reingekommen sind, dass es eine Verrauchung ab der 5. Etage aufwärts geben würde, Rauchmelder ausgelöst hätten. Die Trupps sind zur Erkundung vorgegangen unter Atemschutz und haben genau dieses Lagebild bestätigt bekommen, haben dann in einer Wohnung im 5. Obergeschoss angebrannte Gegenstände gefunden, die fast abgelöscht waren, haben kurze Nachlöscharbeiten durchgeführt und daraufhin die weitere Kontrolle dieses Geschosses und weiterer Geschosse vorgenommen. Wir müssen möglichst schnell die Kontrolle dieser Geschosse parallel durchführen, weil eine Verrauchung weitere Personen gefährden kann und wir damit natürlich mit einem hohen Kräfte-Einsatz reingehen. In dem Fall war es noch relativ überschaubar. Trotz mehrerer Geschosse konnten wir mit zwei Trupps arbeiten. Ja, es gab insgesamt vier Personen mit Rauchgasvergiftung. Wir haben im Prinzip die Kontrolle der Geschosse weiter fortgesetzt. Das Brandereignis als solches war gelöscht und haben dann im Folgenden, parallel zu dieser Erkundung, haben wir dann Lüftungsmaßnahmen eingeleitet, sodass der Rauch abziehen konnte. ab بين diesen Schweren Vielen Dank.